hey leute guten tag der pepe wieder und weiter geht eine weitere folge the last stand after mate weiter gehts worfgegenstand haben wir ihn hier drinnen schönes gut er kommt so super gut werden wir mal noch mal neue kampfhafte ausreden gibt es nicht eigentlich oder es war da mit der schon sprit ist noch eine nation ganz alles länger machen als vorher 100 brotten schaden ohne waffen haben deine hände sind geschwollen und haben an masse zugenommen wodurch weniger beweglich sind die maus dauern so Und dann muss man da mal 3 machen. Und dann war noch da was? Nichts. So. Aber hier war doch gerade eben irgendwie da oder was? Was ist da drin? Ne. Fast. Hier, ok. Haben wir wohl ne Batterie. Müssen wir mal gucken. Eine finden. Im Prinzip. So. Komm mal. Ich hab noch nicht getroffen. Aufs da war es unten. Hier ist auch noch was. Halt übersehen. Der. Ja. Da gehts. So ist hier. Macht nur Pause. Hier. Aufs da war geht aber ganz schön flöten gerade. Irgendwas ist doch komisch. Und. Zwei mal zugeschlagen und die Austausch. Muss das so sein? Boah. Schwein gehabt. Drecksache. Oh. Seine. Ich weiß was der hat gegessen hat. Der stink bestimmt wie Hölle. He. 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 So. Mal lassen. Gehen wir raus oder was? Boah. Fuck. Boah. Oh Mist. Ey. Haben wir auch schon was. So klar hab ich ein Verbandskasten. Nicht. Zauberheilung. Aus der Heilung. Setzt halt etwas Gesundheit wieder her. Och ne. Sonst. Irgendwas dagegen. Aus der Heilung. Zauberheilung. Schaden. Äh. Wird noch die Pfadzeine kriegen. Auch nicht. Lohnt. Fuck. Ja. So ist es halt. So. Das haben wir ja auch schon gehabt. Obwohl die Tragfähigkeit ja super ist eigentlich. Plus 50% Tragkapazität. Kann ich noch mehr Zeug mitschleppen. Ich nehme das. Ja. Wahrscheinlich auch meine. Aber wir müssen uns auch schon mal. Erstmal. Oh. Oh. Heilen. Und jetzt. Warte mal. Ja. Na hä? Da hab ich schon gesagt. Na ja. So passiert's. Einmal nicht aufgepasst. Gleich wieder tot. Fast. Ah. Verdammt. Na ja. Ist ja noch kein Meister von Mühe gefällt. Wollte ich mal sagen. Wir werden das Ding schon rocken hier. Oh. Hier ist noch was. Hast du übersehen. Wieder mal. Ich darf aber wahrscheinlich nicht immer so schnell spielen. Mal ein bisschen mehr gucken. Na schön. Was. Hier ist noch was im Schrank. Ventionsbremse. Bistole. Na schön. Ja. Vielleicht nicht. War mal ein bisschen. ist kaputt ohne tasche neue ausrüsten das ist eine schweine wurzel weinswurzel wie gesagt ich bin der größte Messi hier im spiel alles mit ich bin ein bisschen enttäuscht der hier hat sich verlaufen wo bin ich denn dorthin was war das Auto da oben? ne ich bin auch schön das war es eigentlich ist nichts mehr Leute gut würde ich sagen machen wir weiter unbekannte so was haben wir denn hier? Tankstelle nur ein Sprit Vorratsversteck ich würde sagen wir fahren nochmal zur Tankstelle und dann fahren wir hier runter so machen wir's das machen wir so genau und los geht's und dann sind wir wieder hell schön so was haben wir hier? Fragezeichen Fragezeichen hinse wieder hinse wieder Lappen Hunde verschrecken müsst die nächste ich hab doch noch äh warum muss ich denn an ausgerüstet oh das wäre schon man selten dämlich der ab der eine brennt guck mal da kann ich wieder nachladen? kann ich nicht nachladen? kann ich nicht nachladen? ja das ist mir schon klar Leute ah nein oh nein oh es gibt's doch nicht das ist ja das war jetzt wirklich dämlich oh naja tot würde ich sagen scheiße verdammt eine halbe stunde ist ja war ein bisschen schlecht jetzt was haben wir denn hier hier die Räuberausrüstung Sanitäterausrüstung machen wir das hier Mike to sell aber so gut ist halt wirklich dass man die Punkte behält und auch die äh das wissen quasi haben wir jetzt hier neue Karten von uns ach ist das ärgerlich mann umhärter ne ein bisschen weitergeben ich bin mehr happy wenn ein Pfeil dicker stirbt ist auch gut mit der nicht mehr die 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 Ich habe noch eine Chance mehr mit 20% Aktionsgeschwindigkeit Ich habe noch eine Chance mehr Zeug zu fassen Das? Hygienische Gegenstift Brenn zu halten Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall gleich mit Na ja überhaupt noch Rucksäcke erhöhen die Tragekapazität Das letzte Mal haben wir ja einen gebraucht und hatten leider keinen Ärgerlich Ach ja kurz Mhhmm Achja Können wir quasi hier noch Zeug bei ihr kaufen Vorratslager Es gibt sofort 10 Wissen War das nicht gekauft Ich dachte es gibt auch bauerhafte Äh Mit den drei Wege übertragen Ja Jetzt 10 Wissen kauf Kann ich mit 9 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 6 7 6 7 8 8 10 10 11 12 12 12 11 14 14 15 15 15 16 17 Ich bräuchte ja auch erstmal jetzt gar nichts, weil du findest ja eigentlich genug Wird eventuell hier noch was Teilwirkung Ja, das machen wir Achso, ein Brett durfte ich mitnehmen Achso, das sind die quasi die drei Okay Ich weiß nicht, ich kann ja was mitnehmen, aber Das habe ich ja jetzt in meinem Rucksack hier Und das bestätigt Oder quasi mitgenommen Hier Achso, das wurde wieder hergestellt Hier Wiedersehen Gut, wieder von vorne Kennt das Spiel ja schon alle Ah, da geht's So So slowly Three Also sind hier so Boah, was ist der aussehen? Korrekt, Alter Der abt Wenn wir mal hier gucken, den ziehen Aber auch ganz viel Wenn man hier Ich glaube, das setzen wir schon auf Mit Sensoren Oh, der steht schon da Boah, das gibt's doch nicht, man Na? Noch mal eine Nahkampfwaffe Oh, breit, ja Ist ja zu Das war die Bombe, ist mir auch scheißegal Klebeband, noch eins Oh, was? Oh, gut Man merkt Super Bei der Liste Bis, achso Ne Über die Liste füllen Prodose Und da was, wenn ich was mache Gut, ich kann ja noch nichts herstellen Vielleicht hergestellt, ah, den kannst du ja auch nicht Alles klar auch nicht Wir haben das Ritt gefunden In unserer Karre Das ist gleich rein Ja, zwei von zwei Schön Die Sonne aus Gucken wir mal die kleinen Fücher Ein Hit Tot Er kommt her Ja, das ist Der ist das ärgert mich gerade dass ich gestorben bin das ist wirklich wieder also weiter seine dummheit von mir weil ich auch mal einen fokus hätte anmachen können ja gott mich total oh come on here Sohn Da ist der Körperraum Oh, mal drauf bleiben auf dem Knopf, ja sonst wird's nicht Naja hier, links, rechts, links, rechts und Kopfmarcher Splasher, Kopf, Splasher So was haben wir denn hier jetzt? Habe ich jetzt Munition für die Pistole? Nein, habe ich nicht Schau mal hier das an Wir probieren's Wieso kommt die nicht rein? Was ist ja jetzt? Boah Das war ein bisschen Sehr leicht Ich dachte eigentlich, dass wir reinkommen Uh, was da drin ist Uuiuiuiuiuiui Scheiße Schafschützengewehr Und 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 Ioaah das war als richtiges gutes ist ja guter staff würde ich sagen richtig guter staff im 42 lmg leichtes maschinengewehr mit einer hunka bezählt hoher rückstoß cool auf schützengewehr alter schwede die vor 45 schlecht so meine lieben das war's schon wieder schon wieder seine folge vorbei ich bedanke mich fürs zuschauen lasst mir einen daumen nach oben da und einen kommentar und bis zum nächsten mal tschüss euer pepe